Jo Leute und damit willkommen zurück zu Planes vs. Zombies Jo, ein paar Tage kamen jetzt keine Videos paar Tage ne ich glaube sogar nur einen Tag weil ich hatte das ja umgestellt, dass nur alle zwei Tage die Videos kommen ich hatte keinen, trotzdem nichts mehr vorrätig aber wegen arbeitmäßig naja ich wollte sagen, kam ich nicht zum Aufnehmen aber ehrlich gesagt, ich hatte keine Lust weil ich viel zu im Arsch war nach der Arbeit aber jetzt kann ich wieder aufnehmen yeah ich weiß gar nicht, was hat mir denn hier noch Rätsel Drecksrätsel das kann man wieder machen das kann man machen kann man einfach eigentlich mal machen, ne tup 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 ja, lau aber nicht yeah zack yeah ich würde sagen, da zack haha zack yeah hier so ok tun wir den da hin ja, kommt hier ja, nie ist klar ja, wieso nicht hier du auch du auch hier tup 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 zack haha, bumm gleich bumm gemacht yay und geschafft wir haben mehr Kohle dazu yeah das war ja einfach du hast ein neues wasenbrecher level freigeschaltet yeah plopp zwei links, zwei rechts naja stf was aha tup 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 das macht das ding hat nein da fress das ding hier du 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 verlangen dann auch noch scheiß die wand an ehrlich mein gott wie mies geil kann ich gleich das level starten ja mach doch mal alles kaputt du dummes drecksviel du 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 nein vergiss es ja ist klar hier eigentlich hätte ich dir ruhig da einsetzen können obwohl so geht es auch nachdem ich einmal fehl gesetzt haben wir es geschafft gut du 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 links zu rechts das ist für mies ja neues level dritte vasa im egal mini games das haben wir noch nicht freigeschaltet abenteuer muss abschließen weiß gar nicht wie viel level gibt es in dem abenteuer modus habe ich gar keinen plan auch auf dem dach jetzt haben sie sogar bis aufs dach geschafft das ist ja vielleicht ein paar hat nicht jetzt haben wir jetzt mal du brauchst du jetzt die cola pulte weil das dach so schräg ist vergiss das nicht dann läuft und jetzt das nicht dann läuft alles wie geschmiert die cola pulte bauch ich da die waren auch nicht schlecht wenn nämlich die noch dazu ich würde sagen dass noch ob ich das so scharf ist die frage seit wann bewegen sich blumen war haben muss so ein gesicht hat auch cool lalala kommt doch aber kommt das erste dreck sie ich bin so blöd habe ich super gemacht hier kohle pult ja fress das ding auch noch ist klar ja geh doch mal schnell weg wieso nicht leck mich fällt du bist du 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 b sort es ist kacke ehrlich du 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 gib mir noch eine sonne her und noch zwei sonnen hier viel spaß so mann also so schräg hier mit dem level aber schräg das hat gerade so geklappt ja haut ab ihm ist sicher genervt sonne 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 hallo auf zu schmatzen finger weg kopf kürzer nein so ist mir das ding nicht klauen tricks ding ehrlich so noch mehr jetzt kommen nicht so ein scheiß da kommt ja noch einer wieso nicht alles klar du mir auch kommen sonne 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 gibt sonne gibt sonne mehr sonne 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 mehr sonne gibt mir sonne habe ich gesagt auf zu schmatzen drecks ding das schön dumme ist ich kann mir nicht an das fressen schmecken oder was auch immer ned ja hier fress ihn ach nächstes mal muss ich gucken was ich besser noch mitnehmen hey hoff zu schnabulieren ich habe gesagt das ist nicht deins boah ey drecksdinger ne muss gucken wie ich das echt beim nächsten mal mache jetzt können wir die dinge aussetzen die müssen wir auf jeden fall mitnehmen damit kannst du das dach bepflanzen ach was hallo nach hallo nachbar ich habe eine neue sache eingebaut hey sind immer noch die dach wie vor dieses dach reinigen den schwierigen dachlevels ach schon schauen wir uns mal ne sonst alles nur mist ach cool ok ja ja was haben wir da noch was ist das wieder ja Vielen Dank.